Endlich um 800 Dollar kriegt er zwei Tickets wie die Martiné. 800 Dollar, also die gingen da hin, also gesteckt voll, riesen Applaus, erste Akt herrlich, der Vorgang geht hinunter und der Mann sieht sich da um und da ist ein anderer Mann, ein älterer Mann mit einem leeren Stuhl daneben ihm. Und er sagte, passen Sie auf, das ist nicht meine Affäre, aber ich möchte wissen, wir haben 800 Dollar da für die Martiné-Tickets gezahlt. Er sagte, was ist denn mit dir, was da passiert ist? Er sagte, also meine Frau und ich, verstehen Sie, wir wussten, dass das kommt und wir haben schon im letzten November zwei Tickets gekauft und leider ist jetzt also meine Frau gestorben. Und der Mann sagte, also das ist ja traurig, aber hätten Sie nicht jemanden von Ihrer Familie, dem könnten Sie das Ticket geben, einer Tochter, einem Sohn oder einem guten Freund, nicht wahr? Da sagt er, das ist es ja eben, die sind alle beim Begräbnis. Ciao! Ciao!